Hallo, mein Name ist Julia Riedel. Ich bin Leiterin der Kinderbetreuung der Reha-Klinik Waldklinik für Mutter und Kind in Buko. Unser Schwerpunkt ist die Betreuung von schwangeren Frauen und ihren Kindern. Hier in der Klinik habe ich die Zeit, schön zu mir zu kommen. Meine Tochter ist super betreut und ich habe abends noch viel Zeit, die ich mit ihr zusammen verbringen kann. Mit der Hilfe von fast 400.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir unser Kinderhaus die Murmelburg bauen. Hier haben die Kinder genügend Platz zum Spielen, Basteln und Toben. Ob sie auch gewonnen haben, das erfahren Sie jetzt bei den Gewinnzahlen der Wochenziehung. Seeluft schnuppern und dabei mal so richtig die Seele baumeln lassen. Eine Erholungswoche für zwei Personen in der Aquamaris Strandresidenz Rügen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1590450. Einen MiniOne Clubman gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 79 74 372. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 89 46 295. Einen Mini Cooper gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 07 48 197. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 97 78 613. Herzlichen Glückwunsch und nicht vergessen, kurz vor der Tagesschau sehen Sie die nächsten bei der Prämienziehung für das Mega-Los.